Na gut, Temple of Torment ist der Nächste. Viel, viel Dank dir Michi für den Sub an RamboKitty. Äh, 13. Sub schon. So, Temple of Torment, super Bonus. Come on, hoffentlich viele Wilds treffen nach oben. Okay. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Das könnte auch sein, oder? Der bleibt. Der bleibt. Was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Junge, 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 Junge. Der bleibt. Jedes Mal, wenn wir Multi jetzt treffen, 200x. Come on, und wir treffen direkt Top-Symbol. Come on, Digga. Neun Spins doch übrig, das könnte er sein. Oh. Digga, der Connected nur so schlecht, schade. Acht Spins doch übrig, komm schon, Mann. Ja, der trifft. Der Connected aber nicht, oder? Doch, der Connected, der Connected. Bruder, komm. Der könnte es schaffen. Der könnte es schaffen. Come on, Digga. Was geht hier ab, Mann? Was geht hier ab? 1117. Das ist er doch, oder? Das muss er sein, Digga. Das muss er sein. Das könnte er sein, Digga. Komm schon, immer noch fünf. Immer noch fünf übrig. Come on, Baby. Das ist er, oder? Das muss er sein, Junge. Was zum Teufel. Das ist er, Digga. Das ist er einfach. Bruder, 6.000 ist max. 6.000 ist max. Max win. Yes, Baby. Come on, Alter. Was ist hier los, Mann? Hä? Alter Schwede, Junge. Na? Mein zweiter, einfach wie random, Junge. Wie random. Ihr seid dabei, einfach. Ihr seid einfach dabei. Holy shit. Junge, 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 Junge. Ich hab's einfach. Was ist hier los? Was ist hier los, Digga, in diesem Airbnb mit meinem Glück? Ich muss, glaube ich, wiederkommen auf jeden Fall. Auf der Suche nach den besten und neuesten Bonus-Angeboten? Auf slotologe.com findest du die perfekte Auswahl. Bonus mit PaySafeCard? Non-Sticky oder 200% Boni? Mit den Filtern und einem Review zu jedem Casino findest du das perfekte Angebot für dich. Alle Casinos sind zuverlässig und vom Slotologen geprüft. Slotologe.com Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.